Frau mit Hund sucht Die Frau spricht, sie kaut Worte zur Mittagszeit. Halb eins, Smartphone am Ohr, so kennt man sie, so kennt der Himmel sie, der Hund an ihrer Seite. Der Hund lauscht nicht in Worten der Frau, er ist es gewohnt wegzuhören, bis sein Name fällt. Zum Dank nutzt die Frau keine Leine, lässt ihn laufen, den alten Racker, der den Weg kennt, jeden Weg, den sie gehen, aus dem FF. Der Hund riecht, ob alles ist wie sonst, auf der vertrauten Strecke, wer da gewesen ist von den Kollegen seit der letzten, schon so gestrigen Runde, wer gegrast, wer sich geweidet hat. Er markiert seine Rennstrecke, den Auslauf, die Ecken und Pfosten seiner Welt auf Wiese und Waldwegschotter. Die Frau sieht darüber hinweg, interessiert sich nicht im Geringsten, bis es ernst wird und sie das Telefon noch fester als zuvor mit einer Hand ans Ohr pressend, mit der freien Hand eine Tüte aus der Jackentasche ziehen muss, die später im extra aufgestellten Mülleimer auf Höhe des Wanderparkplatzes entsorgt wird. Wie oft haben wir sie schon so gesehen, die beiden? Dieses Jahr? Fragen die Blätter am Waldessaum. Wie oft? Fragen die Steine auf der ausgetretenen Wanderroute und rollen die Augen. Wie viele Schritte solltest du fragen? Sagt der Weg. Wir wissen, dass er sich ständig verzählt, schon seit Jahrzehnten bei all den Ausflüglern, den kommenden und gehenden, besonders am Wochenende, in den warmen Monaten, darum schweigen wir, vergessen die Frage. Wie es ihr geht, wie es dir geht, fragt die Frau ständig. Jedes Gespräch beginnt so, ist das Auto abgestellt, der Hund aus dem Kofferraum. Dann drückt die Frau Tasten, wählt Kontakte aus, spricht. Wir können nur ahnen, mit wem. Den am Waldrand nicht vernehmbaren Dialogpartner aus den Reaktionen der Frau erschließen. Hallo? Na, wie geht's dir? Das hab ich mir gedacht. Mh, 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 ich auch nicht. Mh, 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 du sagst es. Mh, 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 es könnte, aber mh, ach, überleg's dir. Ach, nein, ach, puh, ja, naja, mh, mh, na gut, also mh, mh, na, herrje, mh, 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 lass das, doch, also echt. Mh, 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 na, ja, wird schon, ja, 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 na, ich weiß nicht, na, also, ja, also, ich muss noch, also, ja, bis dann, ja, tschüss. Ein typischer Gesprächsverlauf. Der Weg kennt ihn zu Genüge, die Steine. Am anderen Ende der Leitung die Freundin immer noch im Scheidungsprozess befindlich. Am anderen Ende der Leitung die Mutter, sich immer noch gegen die tägliche reinschauende Pflegekraft wehrend. Am anderen Ende der Leitung der Ehemann immer noch unzufrieden mit den neuen Vorgaben des Abteilungsleiters. Am anderen Ende der Leitung der Geliebte immer noch unschlüssig auf der Gesamtsituation. Am anderen Ende der Leitung die Schwester, immer noch wütend auf den neuen Deutschlehrer des Sohnes. Am anderen Ende der Leitung immer noch ein Konflikt, der sich zuspitzt, abflaut, verschiebt, verklärt, verlagert, verändert, ohne zu enden, stets in einen neuen mündet, bloß ein anderes Gesicht zeigt, eins von Millionen, Milliarden, nie gleich, oft ähnlich. Malerisch, was sonst? Die Frau Habe ich abgeschlossen? Der Schlüssel? Lauf schon mal, Pluto! Der Hund Läuft, alles läuft, fließt eben. Hund Der Wanderweg Der Wanderweg Kläfft, kläfft der Kläffin, nur ein Vögelein im Busch. Der Wald bemächtigt sich der Landschaft, der Frau zur Seite. Sie hat keinen Blick übrig für ihn, noch weniger übrig für die Wildnis, interessiert sie nicht. Zwischen den Ästen den Morgenbegießen, 1. Mai, das war in ihrer Jugend Habitus, Leiber in der Dämmerung, manchmal fern jeder Lichtung und vielleicht doch so nah wie danach, nie wieder. Adams Kostümverleih hernach, geschlossen. Sowas denkt die Frau nicht. Das liegt ihr so fern wie jegliche Lichtung in damaliger Dämmerung. Was sie denkt? Sie denkt gar nichts, wenn wir sie so hören. Hm? 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 Sie tönt, das ist alles, summt, säuselt. Sie macht Geräusche, um die Abwesenheit menschlicher Zivilisation am Wald des Saum zu übertünchen. Sich etwas vorgaukeln, das liebt sie, auch wenn sie das nicht ahnt, weil, vergiss es, da geht's lang, die Markierung an der nächsten Eiche, siehst du, Fernwanderweg E8. Es gibt dir kaum mal eine Biegung an diesem Streckenabschnitt, gerader Verlauf. Dass die Frau nicht strauchelt, so in Abwesenheit versunken. Wir wissen nicht, wo sie ist. Wir wissen auch nicht, wo sie sein will. Ebenso wenig, wie wir wissen, ob sie etwas darüber wüsste, wenn und das aber, da hat es uns wieder. Die Frau ist in ihrem Telefon. Plötzlich fackt uns klar vor Augen. Ihr Kopf in den Lautsprecher vergraben wie in ein Daunenkissen. Echo. Daumenkissen. In den Lautsprecher gepresst Scheibenkopf, Wellenkopf, schallgedämpfter Verschwinddrian. Echo. Allgedämpft. Die Frau arbert. Nebel von Selbstverlorenheit. In ein Hinüber, das keine Örtlichkeit kennt, nur Übergang ist. Ständiges dazwischen. Nicht hier, nicht dort. Netzwerk. Drahtgewirkt. Mündliche Überlieferung. Auch Auslieferungen. Datenlieferanten. Die sammeln alles, was die Frau spricht, um es gegen sie zu verwenden. Um es auf sie zu münzen. Werbestrategie. Kriegsführung der Produktion. Aufdringliche Konsummaß. Schneiderlein ziehen. Strippen kippeln auf Kapitalanlagen. Die Fahne im Wind. Die Fanfare. Die Frau achtet nicht darauf. Wälzt Konflikte. Wälzt Konfliktpotenzial auf ihrem Touch-Display. Sie hat andere Probleme. Sich als gut sehen. Das hätte sie nötig. Sicherlich nötiger als Konzernpolitik mit Bleifußalgorithmen. Echo. Gorithmen. Sie hat keine Zeit. Sie hat Familie. Sie hat ein Leben. Für sich genommen. Brocken. Halt das mal. Ach, du hast schon? Naja, jetzt verstehen wir besser, was das Ohr der Frau sucht. In der Leitung. Den Fluten hochfrequenter elektromagnetischer Funkwellen. In den digitalen Signalen Stimmen übersetzend Stimmungsschwankungen labil. Wie die Übertragung in Hochgebirgen fähren der nächsten Sendestation. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle. Akku schwach. Schnell. Das Ladekabel. Die Nabelschnur. Ach Mist. Ach Mutter. So habe ich mir die Welt nicht vorgestellt. Die Frau horcht dem Gemurmel. Auch des eigenen Kindes. Sohnem Mann. Viel zu schnell. Dem Gemähre, dem Geplärre, dem Gerede. Ihr Akku ist geladen, pflichtbewusst. Wenn sie draußen ist, Gassi mit dem Hund, nimmt sie sich Zeit für die anderen, sagt sie sich. Die Stille brüllt so ohrenbetäubend. Das Rascheln der Blätter. Wie der Wind durchs hohe Sommergras fährt. Ihre Schritte auf dem Schotter des Waldwegs. Prophylaktisches Plaudern auf Rezept, selbst verordnet, versteht sich. Kennst du? Dialog, Gespräch ohne Floskeln, ohne Phrase und Wiederholung. Das ist nicht förderlich für den Kreislauf jeglichen. Kommunizieren, das ist ja alles. Heute mehr denn je, darum weniger, bitte sehr. Kommunizieren, ohne zu kommunizieren. Rein rituell reden. Das ist Naherholung mittels modernster Technik. Etwas am Ohr haben, ohne hinzuhören, ohne wegzuhören. Vertrauten Klängen lauschen, wie im Uterus. Ja, die Frau liebt ihr Smartphone. Poneme, Vernehmen, sonst nichts. Der Puls geht ruhig, alles im Takt. In welchem, fragst du? Wir haben die Vorgaben nicht gelesen. Kleingedrucktes nervt, ehrlich. Wer nimmt das schon auf sich? Gesamtsituation, bequeme Steißlager. Prinzipiell reicht. Stör gehört ins Wasser. Im Großen und Ganzen machen doch alle, weißt du. Darum befremdet dich die Frau nicht. Frische Luft am Waldrand. Einatmen. Ausatmen. Was soll man denn da bemängeln? Der Hund bekommt Bewegung. Der Organismus. Der Frau. Es gibt ja Leute, die würden jetzt mit dem Finger auf Elektrosmog im Gehörgang. Im Hypothalamus. Aber fahr mal nach Peking. Darum. Die Frau. Der Hund. Der Wanderweg. Die Luft. Frisch, fromm, fröhlich. Die Frau. Mh. 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 Aus, Pluto, aus. Der Hund. Spottigt länger im Haufen eines Vorgängers, souverän das Bein in die Höhe. Yes, see. Konkon. Der Wanderweg. Der Wanderweg. Der weiß, dass die Frau den Weg schon als Kind gegangen ist. Mit den Eltern sonntags in die Natur. Danach Kaffee und Kuchen. Den Hopserlauf, den erinnert der Boden gut. Willkommene Abwechslung im Gleichschritt der Tage. Vielleicht hat sie gesungen, gesummt dabei, die damalige. Hm. 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 Meinst du? Wow. Wedelt der Hund. Die Frau am Waldessaum. Die Wildnis links liegen lassen. Die Lichtung, die es vielleicht wert wäre, wäre die Metapher nicht so. Stromausfall? Was soll man wünschen? Der HNO-Arzt wird ein Hörgerät verordnen. Später viel zu. Der Gehörgang. Spirale. Der Gleichgewichtsnerv. Be smart. Just be. Balanceakt im Yoga-Loft. Wenn hören und sehen. Vergeht. Fernwanderweg. Jetzt auch in deiner Nähe. Wer spricht? Wer schweigt? Wer sendet? Wer empfängt? Fragen über Fragen. Wie üblich. Was? Darf ich? Hoffen. Antwort? Antwort? Die Frau vibriert. Die eingesogene Hörmuschel. Klingelt was? Nein. Vibrationsalarm. Der Hund ist es gewohnt, zu vernachlässigendes Geräusch. Der Wald. Die Frau. Ach. Memory. Vor Unzeiten gespeichert. Wir können sie nicht lesen. Das Display überblendet von mittäglich steil stehender Sonnenverwinkelung. Sehe nur. Die Frau wird bleich. Vielleicht auch dies nur Trug des Lichts. Betrügerischer Sonneneinfall. Der Wald vor lauter Bäumen. Ah. Die Frau seufzt. Etwas fällt ihr schwer. Sie wischt etwas weg. Lässt das Telefon in die Jackentasche. Gleiten. Memory. Es war einmal ein König. Er hatte drei Töchter. Die waren so wunderschön, dass sie über die Grenzen des Landes hinaus für ihre Schönheit berühmt waren. Davon hörten auch drei Ritter. Brüder. Die weit entfernt in einem anderen Reich lebten und beschlossen, alle Schrapazen auf sich zu nehmen, um in jenes Land zu gelangen und die Königstöchter zu freien. Nach harten Entbehrungen und allerlei Prüfungen gelang es schließlich. Der alte König aber wollte seine Töchter nicht mir, nicht dir, nicht drei dahergelaufenen Rittern geben. Darum stellte er ihnen eine schier nicht zu bewältigende Aufgabe, sie sollten den Drachen töten, der das Land seit Jahren heimsuchte. Ausgerechnet, aber so ist das eben im Märchen. Wir wissen, dass die älteren beiden Brüder vergeblich auszogen, so steht es schließlich überall geschrieben, aber der Jüngste den Drachen besiegte. Wir wissen auch, dass er siegte, weil Romantik großgeschrieben. Er, an Flammen der Drache dann auch, als die Köpfe verbrannt waren vom Rumpf, selbstverständlich sicherheitshalber durch mächtige Schwerthiebe abgetrennt, galoppierte der Jüngste Königssohn zurück Richtung Hof. Natürlich galoppierte er den ganzen Weg über, weil sein Pferd nicht irgendein Pferd war, sondern sein Pferd. Und natürlich galoppierte er über den Fernwanderweg E8. Er telefonierte unterdessen per Headset mit dem Hofmarschall, hatte seine Heldentat während des zehrenden Kampfes auf unzähligen Selfies festgehalten und sofort nach dem Showdown auf allen Kanälen geschert. Das Video seiner Erfolgsstory ging viral und wenn er am Hof angekommen wäre, hätte er eine Traube von Fans begrüßt oder niemand, da er schon nicht angesagt gewesen wäre. Stattdessen scheute sein Pferd jedoch plötzlich, da ihm ein Hund vor die Hufen lief. Der Königssohn fiel trotz des unvermittelten Aufbäumens nicht vom Pferd, weil sich das für ein Held nicht ziemt. Stattdessen fiel sein Blick auf das Frauchen des Hundes. Er erkannte in ihr keine geringere als die jüngste Königstochter, die sich als Frauchen verkleidet hatte, um ihn, Fähren des Medienkartells, an seinen eigentlichen Task zu erinnern. Das Handy des Königssohns vibrierte. Memory. Dann stieg er vom Hohen Ross. Der Hund begrüßte ihn schwanzwedelnd. Schön, dich zu sehen, sprach der Königssohn und meinte die Königstochter. Wie geht es dir, fragte diese. Ein Dialog hob an sich zu entspinnen, zu viel für das Netz. Es brach zusammen. Rauschen. Das Bild verschwimmt, verzerrt sich. Buntes Flackern, grelles Schwarz-Weiß, Ameisenkrieg. Wir sehen nichts mehr. Und sehen. Rauschen, wir wissen. Der Blätter Die Blätter Untertitelung des ZDF, 2020